Wir sind hier auf dem Versuchsacker von der LFL, wo heute normalerweise der Hacktach hätte stattfinden sollen, aber wegen Corona heute ohne Publikum. Was erwarten uns denn trotzdem für Geräte? Wir hoffen trotzdem mit dem Programm, das wir hier heuer wieder geboten haben, angefangen von normalen Kamerahacken als der Einstieg in die digitalen Lösungen über die automatischen Hacken bis hin zu den Robotern hier trotzdem ein interessantes Potpourri an Maschinen zeigen zu können. Ja, bei uns bei der nächsten Hacke jetzt hier zu Gast ist der Michael Lambrecht von der Firma Nala-Tec. Wir schauen uns hier mal genau im Detail eure Kamera mit einem Verschieberahmen an. Aufgebaut ist das Ganze auf einer Kult-Cress-Hacke und das Besondere ist eben die Verschiebetechnik hier, weil es ist kein klassischer Linear der Parallelogrammverschieberahmen, sondern ihr realisiert die Verschiebung der Hacke über die Unterlenker. Das ist was, das kennen wir, aber es ist nicht alltäglich. Ja, meine Frage an dich, wieso habt ihr diesen besonderen Weg gewählt? Aus der praktischen Notwendigkeit eigentlich heraus, weil wir gesehen haben, es ist auch eine sehr präzise Auslenkung über die hydraulische Seitenstrebe möglich, ohne Gewichtszunahme. Und wir arbeiten selbst auf einem kleinen Biobetrieb und haben dementsprechend kleine Schlepper zur Pflege. Und so war es für unser Ziel, eben auch mit kleinen Traktoren eine präzise Kamerasteuerung zu realisieren, eben über den Aktuator der hydraulischen Seitenstrebe. Die Anforderung, die wir haben, ist aufgrund der speziellen Kamerapositionierung, die eben entsprechend am Schlepper fixiert wird, dass der Abstand zwischen der Reihe und dem Hinterreifen acht bis zehn Zentimeter anbelangt. Das ist eigentlich die einzige Spezifikation, die wir haben. Ansonsten die Anforderungen an Hydraulik und dergleichen sind sehr niedrig, weil wir faktisch nur zehn Liter pro Minute benötigen, um die Seitenstrebe anzusteuern. Gut, Michael, kommen wir jetzt zur Bewertung des Arbeitsergebnisses. Du hast jetzt zwei Bahnen gezogen. Bist selber zufrieden damit? Ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden, ja. Man sieht eigentlich hier ganz gut, wir sind relativ nah an der Reihe. Wir haben hier ein Hackband von unter zehn Zentimeter, wie man auch sieht, ist alles durchgeschnitten. Und es hat schon so ausgesehen, als ob der Traktor, obwohl er doch relativ klein ist, eigentlich keine Mühe gehabt hat, das sechsreiche Hackgerät hier am Hang gut zu halten. Man sieht ja auch ein bisschen, der Traktor ist leicht schräg und die Hacke ist immer noch gerad. Das ist sicher auch im Endeffekt ein Spezifikum und interessant einfach, weil man da am Hang dadurch auch eine gute Führung hinbekommt. Was meinst du? Genau, das ist auch mitunter ein Grundgedanke gewesen von dieser Mechanik zur Auslenkung, weil wir auch am Betrieb selbsthängige Flächen haben, um hier auch immer zu gewähren, dass das Hackgerät gerade in der Reihe steht. Sprich, wenn man dann auch noch Fingerhacken dran hätte, hätte man einen entsprechenden Vorteil, weil die würden dann hier arbeiten und die würden dann entsprechend auch in der Mitte der Reihe laufen. Worauf muss ein Landwirt jetzt achten, wenn er sich überlegt, in so ein System zu investieren? Welche Vorüberlegungen sind deiner Meinung nach wichtig, dass er hier einfach zum Richtigen greift? Oder was ist ausschlaggebend für das System? Für das System ist sicher ausschlaggebend, dass wir geschaut haben, speziell in der Bedienung, dass wir sehr benutzerfreundlich sind, auch in der Einstellung. Wir brauchen nur einmal bei der ersten Betriebnahme die Kamera mechanisch positionieren. Dann bleibt sie über alle Wachstumsperioden in der gleichen Position. Wir haben hier im Traktor drinnen selbst ein Bedienpanel, wo man händisch über Drucktaster dementsprechend dann die Konfiguration der Pflanzengröße wählen kann, stufenlos, während der Fahrt auch, wenn man es verändern möchte. Und dann ist es natürlich so, dass wir hier sehr leicht sind, weil wir eben keinen Verschieberahmen haben und hier auch die Möglichkeit besteht, mit kleineren Schleppern unter Umständen wieder eine höhere Wertigkeit im Betrieb zu erzielen, weil man damit dann auch wieder hacken kann und komfortabel präzise hacken kann. Okay, vielen Dank. Gerne. 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 Gerne.